Dieser wunderschöne Ford Toneo Custom Titanium 8 Sitzer könnte schon bald vor ihrer Tür stehen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wismar. Der Motor erfüllt die neuesten Abgas- und Umweltvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und elektrisch anklappbaren Außenspiegel bieten beste Übersicht. Schiebetüren links und rechts erleichtern den Einstieg. Insgesamt finden acht Personen in diesem Busplatz. Schicke Leichtmetallräder unterstreichen den Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Fordersitze bieten viel Komfort, auch auf längeren Touren. Fußmatten gibt es bei uns natürlich dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Toneo schützt Sie rundum mit ABS, ESP, Airbags, Nebellampen vorne und der Heizbahnfrontscheibe. Die Klimaanlage ist getrennt für vorne und hinten. Zum CT-Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage vom Typ Sync. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem eleganten Ford Toneo Custom Titanium und seiner umfangreichen Ausstattung. Wenn Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch, Gernis Herr Längerbach. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie einfach pro. Das Team von Lissmann freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen.